Willst du auf der Wohne hier im Land? Willst du auf der Wohne und Chihuahua? In der Anfänger werden wir uns an seinen Kandidaten. Hier werden wir seinen Unterkriegen und Chihuahua. Sie sind der Diputator Jokal, der sich selbstverständlich von Kokemuk ist, weil er es von Kokemuk ist, er meiste alle von Chihuahua. Und ich wäre sehr interessant, dass Sie wissen, dass Sie unsere Kandidaten vertreten werden. Ich verstehe nicht, aber ich glaube, dass Sie die Kandidaten vertreten werden. Und ja, dort wollten wir, dass sie keine Kandidaten sind. Und wir wollten sie auch ermorden, zu wählen. Wollen die eine von den Besten, die wählen wollen. Und es wurde immer mehr gewählt. Ja, ich komme auch an meinen Liedern. Dort wollten wir die Kandidaten sein, dort wollten wir die Kandidaten sein, dort wollten wir die Kandidaten sein, für die wir die Besten haben. Und das ist ein zweiter, die wir uns checken können. Und wir hatten die Person aus, die Leute die Person interessiert, und natürlich auch für eine Prostitie gestellt. Das ist alles, die wir uns checken können. in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit. So, Meryl, ich sage, dass wir in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, zwei Worte, in der Zwischenzeit, aber wir haben sie noch mal in den Wiener. und den Zwischenzeit, der Zwischenzeit ist, etwas für die Kommstung. Das ist, das ist. Wir arbeiten in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, der Zwischenzeit, das ist der Wiener der Zwischenzeit, der Zwischenzeit, Wir haben Regierungen, die wir hier in dem municipium representieren. Wir haben Bundesverteidigungen, die in der DFB sind. Sie machen Entscheidungen auf dem Land. Wenn wir importation oder exportation haben, wenn wir protezieren, ist es in dem distrito. Aber der Bundesverteidigungen, was Sie machen, was Sie machen? Wir haben drei Funktionen. Hacen leis, modifieren leis, eliminieren leis die Stadt, die nur die Stadt der Chihuahua. Eine wichtige Funktion ist die Gestaltung. Wir machen die Gestaltung, wir helfen Beto Pérez, damit die Projekte in favor des Cuauhtémoc beinhaltet werden. Und die dritte ist die Fiscalisierung. Das ist, dass die Regierungen der Kommunen, der Stadt und die Autonomische Regierungen werden, dass sie in der richtige Weise beinhaltet werden. Das ist auch in der Regierung, dass die Regierungen der Chihuahua und die Kommunen der Chihuahua. Er wird sehr wichtig, was sie dann, was sie präu Aus tun, und sich da in der Kollege跟我 Das ist bekanntlich, aber das ist ein paar Wochen, die Mланung auf dieser Welt und die Verteilung haben. Ich habe gesagt, dass wir die Fahne nicht mehr als die Straße nochmals online waren. Es ist interessant, dass wir die MUniversität haben. Die Mäste nicht mehr als die Vieira nicht mehr als die Welt. Die Mäste ist deshalb so. Und das ist das, was wir für die Welt. Und das Werteilung ist ein bisschen mehr als die Mäste. Also, ich bin hier für Kochemok, wenn Peter Pérez, die Präsidenten von Kochemok, am vierte Wort von Erinnerung von Chihuahua, da wo die Deputaten von Hartwig sind, sei aus der Chantimäßhof. So, es wäre welche Funktionen. Er war Erinnerung von Sohn Meredes. Wer ist Sohn Meredes? A ver, quién ist usted? Ja, wie hat er in Ihrer politik oder persönliche? Ich bin öffentlich-verteidiger. Ich arbeite an der private initiative seit ich studie. Ich arbeite, außer ich bin bin, in einer Firma in der 8.5-Meterre, die es called Multiservisios und Abarrotes DIC. Yo trabajo ahí desde con don Enrique Dick, ahora con Enrique, con Henrich Dick, en el área administrativa. Ya tengo 13 años trabajando ahí con ellos y bueno, la iniciativa privada y también con participación en política. Fui regidor en la administración 2013-2016 aquí en el municipio de Cuauhtémoc con Eliodoro Juárez cuando él fue presidente. Del 2021 hasta el pasado 30 de abril con la responsabilidad de ser diputado local por el Distrito 14 y bueno, pues nos separamos del cargo para este proceso de elección porque no sería sano ni honesto estar en la función y andar en campaña. Entonces decidimos separarnos del cargo. Me gusta la participación ciudadana. He participado en algunas asociaciones civiles tratando de poner un granito de arena en apoyo a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Desde trabajar con los niños a través de Activo 2030 o el FORAC que es una fortalecedora de asociaciones civiles de Cuauhtémoc que busca capacitar a todas las asociaciones civiles de Cuauhtémoc y de toda la región poniente del estado de Chihuahua. En el segundo lugar, en el municipio de Cuauhtémoc con el municipio de Cuauhtémoc con el municipio de Cuauhtémoc. En el municipio de Cuauhtémoc con el municipio de Cuauhtémoc con el municipio de Cuauhtémoc. Y su integristaire pedido de trybar a todos todos los finalmente lleguen amusementistas que buscan distintas vemos con ayuda. En el municipio de Cuauhtémoc con los asociaciones civiles de accidentistas privados, y luego después de Methodias de debates como chairpersonas privadas en desama ociaciones civiles deliciosas del municipio de Ciudad28. Y justamenteuiten quienes lleven zwar nos multe áreas, hemos pensado desde la política y loslukos, In vielen Bereichen, Bildung, Gesundheit, etc. Aber in der Nähe, für Sie, was sind Sie die Hauptsache? Mein Hauptsache, Herr Abraham, ist der Nähe. Ich bin ein kleinerer agricultor. Ich habe ein paar Ziele, die mein Vater me geöffnet hat. Und ich habe auch ein paar Ziele, die mein Vater me geöffnet hat. Und ich bin auf der Nähe, auf der Nähe, auf der Nähe. Wenn wir uns zum Kongressen haben, dann war es sehr klein. Es war 159 Millionen für die Probleme, die Chihuahua hat. Wir arbeiten im Kongressen, um den Schatz zu 1.000 Millionen, 1.039 Millionen. Das ist das, was Chihuahua hat für ihre Produktionen. Wir haben uns auf die Zeit geöffnet, dass die Rekursen geöffnet werden. Und wir wollen zurück zum Kongressen, als Abgeordnete, für die nächsten drei Jahre, um weiterzugeben, um diese Arbeit zu unterstützen, weil das Land produziert ist, das wir alle und alle, die wir in den verschiedenen Pohlen oder Städten leben, in den verschiedenen Städten oder Städten leben. Das war die Eingang. Als ich das mit einem neuen Derbüro mit einem gleiche Armbhaft hatte, als es von einer einen 50-Jährigen, um über über ein 1,000-Jährigen, auf einem T-M. Das war die Welt zur Forderung. In der Wunderschönen-Lehung von der Wunderschönen-Infänger ist eine ungewöhnliche Kraft, die wir hier mit den Freiburg waren, weil es die Fertigke Ereignisse war, wir haben das über die Ereignisse in Deutschland, die wir in den Mexiko-Cittien haben, und die wir alle mit einer Transformation haben, Sie sagen, dass es jetzt noch mehr von 7.000.000. Aber wir haben in den letzten Zeit, dass der DFB, der die Federung, hat es wenig Geld, oder nicht. So, wo kommt das Geld? Das Geld kommt von den Städten, die die Chihuahua von Chihuahua pflegen. an Estado, de las participaciones que Chihuahua tiene como Estado del presupuesto estatal de ahí es de donde se asignó ese presupuesto. Desde el 2018 han eliminado 29 programas de apoyo al campo, 29 la última graciosada que nos hicieron fue cerrar Financiera Nacional de Desarrollo esta financiera era quien le prestaba dinero a los productores para que pudieran llevar a cabo su actividad por cuenta propia o a través de intermediarios financieros. El Estado de Chihuahua tenía contratados más de 5 mil millones de pesos en créditos para nuestros productores. ¿Créditos de bajo interés? Sí, son créditos de bajo interés. 1.800 millones eran revolvencias esos que lo sacas y luego al siguiente año lo pagas y luego lo vuelves a sacar pero era con lo que nuestros productores pueden llevar a cabo la actividad comprar insumos, comprar diésel, fertilizante, semilla y poder desarrollar la actividad agrícola y lo eliminar. Lo eliminó el gobierno federal. Este, yo le comentaba a don Abraham que mientras que a los productores de Chihuahua y a los productores de México, el gobierno federal los tiene abandonados a Cuba que es un régimen comunista le mandan tractores, le instalan invernaderos con el dinero. y a los productores de la actividad, el Ich habe gesagt, dass es Chihuahua nicht in Chihuahua gibt, aber es gibt Chihuahua, aber es gibt Chihuahua, aber es gibt Chihuahua für Cuba. Das ist das, was passiert in unserem Land. Und wir brauchen, dass alle und alle unsere Votaten am 2 Juni können, um diese Situation zu ändern, um das Geld zu bekommen, um es in México zu bekommen, um unser Land zu beurteilen. Ich habe gesagt, dass es hier ein Land zu beurteilen, um das Geld 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 zu beurteilen. Das ist das, was es wichtig, um zu beurteilen, um zu beurteilen, um das Geld zu beurteilen, um das Geld zu beurteilen. Und dann, wenn man sich die Dinge zu beurteilen, um die Menschen zu beurteilen, um die Leute zu beurteilen, um die Menschen zu beurteilen. Aber wenn wir hier in México unsere Produkte nicht haben, um die Möglichkeit zu beurteilen, um das Geld 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 zu beurteilen. Er ist ein Gesetz zu beurteilen, um das Geld zu beurteilen, um das Geld zu beurteilen zu beurteilen. Primero pones tú y lo ayudas a los demás. Así es. Y bueno, yo quiero platicarles que cada diputado tenemos un suplente. En este caso, mi suplente es el ingeniero Carlos Meraz. Él es comerciante con muchos años de trayectoria en Cuauhtémoc, muy activo en su participación ciudadana, desde asociaciones civiles tratando de hacer algo por los demás. Él me acompaña y en este caso el suplente por si cualquier cosa pudiera suceder y Saúl ya una vez siendo electo no puede estar en la función, bueno, pues él es quien se queda a cargo de la diputación. Vamos en fórmula. Sí, aquí para, así se invito un segundo para que se vea bien. Muchas gracias. Sí, tiene un negocio en Cuauhtémoc, ya le conozco desde hace no sé cuántos años, pero ahí por la segunda en Veracruz. Veracruz, pues ya muchos años en pinturas, pinturas de todo. Así es. Antes ni sabía que hubo pintura exactamente en Ciudad de Paradícolos y él me enseñó. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias. Bueno, ahora, Saúl, pues qué otros temas necesitamos tocar para... Bueno, yo creo que es bien importante que le podamos decir a los amigos de la comunidad menonita que hay que salir a votar, que es importante su participación. Esta elección es histórica y, bueno, ya nos han dado muestras de lo que quieren hacer con México y tenemos que salir a defender a México, tenemos que salir a defender a Chihuahua, todas y todos, y tenemos un arma muy poderosa, que es nuestro voto, nuestra credencial de elector y nuestro voto. Entonces, yo quiero invitarlos a que vayan a votar, a que participen. Le tengo mucho cariño a la comunidad. Como lo decía ahorita, durante muchos años he trabajado en la comunidad menonita. De aquí es de donde he sacado adelante a mi familia, gracias a que me puedo desempeñar como profesionista en una empresa de aquí del corredor. Y, bueno, pues yo espero que por muchos años más podamos hacer equipo, pero es importante que salgamos a votar. Esta es la oportunidad de hacerlo, porque pueda ser que si el resultado es adverso y el partido del presidente gana, pues que las elecciones ya no puedan ser libres, que eliminen el INE, que es el árbitro, y que eliminen nuestras instituciones, y eso pues no podemos permitirlos. Muevas es mi ley es, por lo decir, que he que fijo que el gobierno era una dirección, de que gane un tanto speedo hace sobre violencia, guerra y la elección, donde se transforma. Y yo soy hacer que sean, cuando las personas no quieren y lo quieren y no pueden ver. La gente no quiere volar, no Sobald die Berichtung geht, was die Menschen über ihn haben. Und nun wird man direkt verantwortet, was er sagt, dass wir zusammen verarmen werden, oder verarmen werden. Und dann kommt er von drei hier, was er sagt, was er für sich hier sagt, Wel, Fa, Mie. Ich weiß nicht, ob wir repetieren. Wel? Repite, Wel? Wel? Fa, Fa, Mie. Wel, Fa, Mie. Wel, Fa, Mie. Wel, Fa, Mie. Vote für mich. Vote für mich. Wel, Fa, Mie. Muy bien. Así es. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues es importante que participen. Decirles que hemos hecho gestiones muy importantes de la mano de la gobernadora. Prueba de ello es este corredor comercial que ahí va, ahí va. Este, va avanzando. Creemos que es una obra de muy buena calidad. Yo la he estado supervisando y creo que es una obra, no sé ustedes cómo la vean, pero creo que es una obra buena y que juntos podemos hacer muchas cosas. La comunidad menonita es generosa, cosa que nosotros lo agradecemos y que estamos haciendo equipo desde el Congreso. Lo hemos hecho con los jefes, con los jefes de la colonia, con los jefes de la Swift Current. Y bueno, pues que estamos a sus órdenes, don Abraham. A veces los diputados, ya cuando son elegidos, desaparecen. Usted, si ganaría, ¿dónde le encontramos? Pues mire, me puede encontrar, este, en Matza me puede encontrar, en mi oficina, en Lasse me puede encontrar. No, yo sé que los diputados en ocasiones no se les vuelve a ver. Yo he estado en una comunicación constante con la comunidad. Tengo una oficina en Lasse en Cuauhtémoc. Si nos da la confianza y volvemos a ganar, vamos a tener una oficina para que la gente pueda encontrar a Saúl. Y pues a veces no estoy tanto en la oficina porque me gusta andar en las comunidades, me gusta andar en las colonias visitando a la gente, viendo los problemas y siendo cercano. Ya lo he sido durante tres años y si tenemos el triunfo, vamos a seguirlo siendo. ¿Qué partido? Ahora vamos en una alianza, PAN-PRI-PRD. Yo tengo una militancia de muchos años en el PAN y bueno, pues ahora vamos juntos por el bien de México. ¿Así se llama? Se llama, no, se llama Fuerza y Corazón por México a nivel federal y se llama Juntos Defendamos a Chihuahua en el Estado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, don Abraham.